hier oben vielleicht noch ein vorarbeiterbüro das gar nicht genug platz man hätte natürlich schon gerne außerhalb können den swinger verkleinern den swinger den swinger natürlich verlegen nach da ja so zack und dann mal mit den swinger auch hier das verlegen wir verlegen nach da und dann warten wir erst mal bis das gemacht wurde kam du es muss der andere zwingen ok gut deswegen eher verkleinern quasi quasi so was ist umschlossen von wänden und türen eingerahmt ich arbeite an der einrahmung tatsächlich zuerst mal verlegen wir das nach wir verlegen das so macht das mal jemand jetzt dann ziehen wir bände und türen die hege drumherum quasi quasi da den swinger noch mehr verkleinern räume zwinger verkleinern ist immer noch fünf bei fünf gut hege dran und eine eingangstür rein die verlegen wir na verlegen nach da elfer aus watt alle die wort wo 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 alle woi reparieren sofort shit elf leute sind hier rausgerannt das war ungeil repair what happens ich habe das gar nicht mitbekommen wir müssen die jungs hier loswerden ohne scheiß repariert das ding die sind einfach rausgerannt das wird teuer was denn jetzt hier macht ihr da eigentlich auch mal noch weiter oder was keine route uncool wie kriege ich die denn jetzt darüber wenn die da schon drüber gehen laufbrücke b stahl laufbrücke a ok ziehen wir die halt mal darüber noch zusätzlich obwohl das kacke aussieht ne aber ja zwei stück zu haben wäre natürlich immer gut so nee ok daneben nicht wie kriegen wir die denn jetzt noch sauber darüber die andere brücke quasi so ich hoffe das klappt dann würde ich das noch mal anpassen mist also wir müssen die da oben auf jeden fall loswerden elf stück einfach rausgerannt nicht cool definitiv nicht cool mist ich habe zu viele baustellen aufgemacht das ist halt echt ein problem gerade äh planiere there you go planiere everything was mit dem zwinger jetzt ist er nicht mehr fünf mal fünf you don't say meine rede aber nein da legen wir sie nach da und ziehen die hecke da runter so sieht's aus wenn sie denn da erstmal mit der brücke fertig werden ok ich muss nach und nach bauen so kann das nicht weitergehen steht die jetzt schon ne das hätte mich auch gewundert ja komm hopp schaffen wir was mein jung ganz beschissen und hier so tunnel alter ich sollte vielleicht tatsächlich nicht so viel auf einmal machen das macht durchaus sinn tunnel verfüllen please jetzt aber komm baut mal da rüber die enragen hier gleich sehe ich schon kommen oh habe ich das ding jetzt abgesmacht ja scheiße keine route zweimal fehlgeschlagen immer noch für das letzte stück die können die ganze brücke bauen aber das letzte stück kriegen sie hier nicht hin ist das euer ernst wie soll ich denn ok gut ich muss hier aufmachen anders geht's nicht dann machen wir das doch wenn der abreise wenn wir schon dabei sind objekte machen wir die nämlich wieder rückgängig obwohl diese brücke mir eigentlich besser gefällt ja wir schauen mal vielleicht machen wir auch die andere rückgängig auf jeden fall sollten sie da jetzt erstmal eine öffnung machen das sieht hervorragend aus ihr habt es euch echt besorgt mit dem bauen also das ist der hammer wie ihr das gemacht habt ganz ehrlich sieht das richtig beschissen aus ecke please oh shit ich muss echt weniger gleichzeitig machen ich will nichts hinzufügen ich will die heck abreisen wo liegt das problem so ok cool fuck und jetzt jetzt können sie fertig bauen na endlich god das eskaliert gerade ein wenig das jetzt ist ja immer noch nicht fertig mich eigentlich verarschen ja jetzt kommen sie ok cool die brücke ist schon mal fertig jetzt reisen wir sie gerade wieder ab das ist doch toll ja im Grunde schon ich lage die jetzt erstmal wieder ein abreise ah komplett so macht der automatisch that's great dann nehmen sie nämlich die brücke und dann bauen wir die da neu und dann machen wir das wieder zu das ist jetzt natürlich ein sicherheitsrisiko hier eindeutig so das hat geklappt gut dann können wir die zwinger schon mal wieder erweitern fuck was ist der chaos wo ist die zwinger zwinger da so jetzt aber fast hege da und grassboden da so und dann können wir den vorarbeiter jetzt da nochmal so ein ding hinbauen endlich neles bauen beam so geht ja gerade nicht anders ne fucking shit mist ja wir haben keine andere Wahl das muss erstmal so sein sobald das da fertig ist oh man okay ready thanks die brücke ist auch weg gut dann bauen wir jetzt erstmal nochmal eine ordentliche brücke da habe ich es echt ein bisschen verkackt stahllaufbrücke und zwar einmal so und einmal nebendran so zack okay dann können wir die danach nämlich weg machen und das da gefällt mir eigentlich überhaupt nicht so aber jetzt haben wir schon angefangen gehabt ne ah planieren planieren da ja ja okay dann eben nicht Wenderpreisen ja auch nicht nothing okay müssen wir das eigentlich alles versetzen alles eins zu eins verschieben was was so nicht funktioniert das war echt mies durchdacht der Anfang ah der Anfang okay ne dann dann bleibt es dabei machen wir das hier nebendran so dann können wir das nämlich jetzt wieder zumachen hoffe ich doch mit der umfassungsmauer da da können sie nämlich da lang pimmeln und rumtingeln und machen was sie wollen können wir die zone erweitern ja weil da sind immer noch welche dann tun wir das doch noch ne umfassungsmauer ziehen übrigens die umfassungsmauer nummer zwei okay so da oben und dann drei eins zwei drei okay und dann wie so ist das richtig ja das ist richtig okay eins zwei drei so so und nach unten so dann müssen wir den Schützenturm Wachtturm auf jeden Fall erstmal einpacken den auch einpacken und die Wege öffnen quasi da und da so oh oh der Geschäftsführer ruft an holy crap hier braut sich gerade ein PR-Desaster zusammen letzte Zeit gab es zu viele Ausbrüche und sie sind schuld daran riegeln sie das Gefängnis ab und sorgen sie dafür dass es keine weiteren Ausbrüche mehr gibt sonst wird die Presse ihren Kopf fordern Warnung Sicherheitskatastrophe wo sind die denn schon wieder ausgebrochen wenn es zu weiteren Ausbrüchen kommt werden sie entlassen okay wir riegeln tatsächlich ab ja so sehe ich das aber auch und hauen eine Razzia raus und eine Tunnelsuche danach ich muss jetzt echt für sorgen dass keiner mehr da rauskommt fuck das hatte ich noch nie ja aber es lief halt auch echt scheiße das stimmt hoffentlich fordern die nicht meinen Kopf sonst ist der Spaß hier nämlich gelaufen da werde ich gefeuert ja gut das ist alles abgeriegelt das ist ein Problem wir können sie auch nichts durchsuchen das sollten wir vielleicht nochmal umgehen damit die wenigstens die Razzia durchziehen können und danach schließen wir wieder können jetzt nur 20 Stunden hoffen dass nichts passiert ohne Mist da ist ein Riesentunnel guck mal wie weit die gebuddelt haben fuck Tunnel verfüllen und das tatsächlich aus dem Hochsicherheitstrakt hinaus durch die Schwachstellen die Helden also Arrest und Appell Appell machen wir jetzt natürlich nicht wir sperren einfach mal alle ein soweit das möglich ist damit wir hier weiterarbeiten können wow what the hell der Notstand ja auf jeden Fall da habe ich irgendwie echt verkackt gerade so schlimm lief es noch nie Sicherheitskatastrophe das ist ja wohl mal milder ausgedrückt aber so wie es aussieht sind alle eingesperrt gerade natürlich schon mal nicht schlecht dann kann auch keiner ausbrechen kriege ich auch nicht auf den Sack jetzt sind wir mit der Brücke hier noch nicht fertig ne das war bestimmt weil ich hier aufgemacht hab obwohl hier ist ja die Brücke die können eigentlich da drüber laufen passt ja die Razzia ist noch nicht durch weil die hier noch nicht reinkommen ah doch jetzt okay gut alles durchsucht trotzdem bleiben alle eingeschlossen das ist echt ein Problem Warnungssicherheitskatastrophe wie geil gut ne wir lassen sie alle drin heute habt ihr es halt verkackt da kann ich jetzt auch nichts für wir brauchen mehr Personal das hier oben ist halt das Problem dagegen werde ich jetzt gerade ich versuche gerade dagegen vorzugehen sagen wir es mal so ja haben sie sich hier drunter durchgegraben hier durch und dann bis hier hin Wahnsinn mein Jahr hat sich jetzt erübrigt aber trotzdem so hochsicherheits ist unser Hochsicherheitstruck gar nicht offensichtlich macht der da Tucker the fuck kommt da nicht mehr raus ne der Ainsley auch nicht Ainsley wie kommt ihr denn auch da rein Aieieiei Abreise so ja das gibt einen Aufstand aber ich muss das jetzt noch acht Stunden gesperrt lassen es tut mir leid so läuft es oh man und wir brauchen auf jeden Fall mehr Leute die putzen definitiv alles läuft gerade extrem langsam hier vor sich hin so weil wir den Arrest ausgerufen haben mhm Raid nicht come on go go hier gibt es dann halt auch okay unerricht fertig bitches den Notstand das ist ja wohl echt krass und dabei haben wir das Gefängnis noch nicht mal voll ja also das kann noch heftiger werden hier baut auch nur einer da oben gerade gebt das nochmal einen oder da oben ja so Vielen Dank.